also generell geht es mir gut gerade erkältet und aber jetzt glaube ich auf dem weg der besserung und deswegen so la la aber generell ist alles in ordnung wie geht es dir gut erholt ich urlaubs hinter uns geht wieder schöne alltaglos er hat sommerurlaub ist toll ich bin echt und du machst ja auch immer drei wochen das ist schon das ist schon geil ja das ist natürlich getimt oder synchron mit der kitaschusszeit und gucken wie es dann mit so sommerferien ist sechs wochen ich bin also noch gut entspannt dafür dass eigentlich ganz schön viel wenn ich mal so auf den kalender gucken auf die anstehenden events im september wird ja ganz spannend auf wieviel bist du so unter ich mache jetzt drei und wo trifft man dich ich bin ich weiß dass du in bielefeld am 2.9 dann bin ich ende september florian der barbeque ecommerce day oder so heißt das glaube ich hauptsache du weißt nicht wohin du mich schickst ich schickte ich nirgends das marketing dann sind wir ende september sind wir in jena beim sea camp und dann bin ich mitte oktober noch auf der white label in frankfurt ah frankfurt dann legendär ja wo trifft man dich denn ups ja auch ganz viel punkt ne merchant day in hamburg jetzt bald schon also ich glaube wenn der podcast rauskommt in dieser woche ja dann weimar amazon sales kongress dann ist die die mexgo in köln haben wir auch schon lange dann ist ja auch ein paar mal ausgefallen aber ja coronapause und so da bin ich auch mal gespannt bin ich auf der amazon world in münchen bin ich noch in tirol das ist auch noch eine veranstaltung ja und so leppert sich das ich habe bestimmt noch was vergessen ja absolut very important wir haben gerade schon gesagt wir haben jetzt ein paar wochen lang keinen podcast zusammen aufgenommen eben weil elternzeit urlaub dies das wir haben ein bisschen vorproduziert ist eine sommerpause gemacht jetzt sehen wir uns wieder jetzt nehmen wir nach langer zeit mal wieder ein podcast zusammen auch wir mussten uns ja aber auch schon mit den nächsten wochen auseinandersetzen und uns ja auch für die nächsten wochen einfach weil so viel ansteht weil wir auf so vielen events sind und weil ich dann auch noch im sommer urlaub bin müssen wir uns schon wieder aufteilen und trennen und podcast alleine aufnehmen wie traurig ist das ja das ist das wird leider passieren dass die ein oder andere folge wieder alleine stattfinden wird ja das ist wirklich traurig aber ich freue mich auf die nikolaus folge weil wenn alles glatt geht dann nehmen wir am sechsten dezember die nikolaus folge quasi auf in unserem neuen office natürlich das dauert so lange ist es gar nicht vor allem wenn man sich überlegt was bis dahin alles passiert mit aufgaben und events und dann noch ein bisschen urlaub und dann ist es schon da dass die sache ich als guter arbeitgeber mit dem urlaub ist auch eigentlich verrechnet mit der elternzeit 50 prozent arbeite ich dieses jahr ja nur nur und habe entsprechend auch noch 50 prozent meines urlaubs das habt ihr schon runtergerechnet ich wollte nur quatsch machen so und wir sind wir haben ja versprochen vor der sommerpause haben wir so klein special gemacht so ein paar fragen und das war richtig spaß gemacht wir haben gemerkt das könnte man mal verstetigen also kommt auch im neuen jahr wahrscheinlich auch noch mal was neues wenn wir so ein bisschen mal eine ruhe einkehrte machen ein bisschen neues konzept und so aber das konzept der fragen ist grundsätzlich gut und so gut dass wir jetzt noch mal eine special folge zum all euren fragen ja fortsetzung wir haben drei blöcke glaube ich so grob abgesteckt wobei die immer so ein bisschen nicht ganz klar getrennt sind aber ja ich glaube als wir vor der sommerpause gesprochen haben haben wir gesagt wir haben fünf und davon hatten wir drei schon fertig und hatten noch zwei aber wir haben jetzt noch so viele fragen gefunden und rein bekommen dass wir noch einen weiteren block aufgemacht haben und wieder mit drei blöcken am start sind so zeigt mal gucken ob wir das schaffen die drei erste block da geht es um keywords und match types das sind auch immer so dauer dauerbrenner also wie sollte ich match types nutzen wie viele keywords solchen kampagnen packen was sind eure tipps und mache ich komme dir die erste an kopf welche match type sollte man am besten wählen für meine für die brand kampagne sollte es exakt sein sollte es phrase sein also bei der frage bin ich ja überhaupt schon mal glücklich und zufrieden dass der fragensteller in betracht zieht eine brand kampagne überhaupt aufzusetzen und sein und ja das ist wirklich schon sehr sehr gut und seine suchanfragen in verschiedene kampagnen reinzuschicken und für die brand suchanfragen eben eine extra kampagne zu erstellen das ist schon mal richtig richtig geil und ja jetzt die frage wahrscheinlich hast du eine eine brand und einen brand namen und diesen möchtest du dann in die kampagne einbuchen als suchbegriff okay jetzt kannst du es dir einfach machen und diesen brand namen oder vielleicht hast du auch verschiedene verschiedene produkt brands aber diesen einnahmen oder diese mehreren brand namen als phrase in deine kampagne einbuchen warum weil dann brand und produkt variation also suchbegriffe in denen deine brand und da ein produkt vorkommen eben auch in diese brand kampagne reinlaufen was total sinn ergibt wenn du aber sagst du möchtest die deine brand als exakt einbuchen dann müsstest du wäre das ganze ein bisschen aufwendiger dann müsstest du noch mehr recherchieren gucken welche produkte du hast gucken welche suchanfragen dazu reingehen könnten und dann jede brand produkt suchanfragen variation als exakt einbuchen das ist glaube ich relativ aufwendig und wahrscheinlich nicht 100 prozent abbildbar deswegen würde ich empfehlen die brand als mindestens phrase wenn ich sogar broad in die kampagne einzubuchen ja finde ich gut das muss ich ja fragen was verliere ich wenn ich zu viel auffange an sucht begriffen die vielleicht nicht 100 prozent relevant sind also da klar das kostet ein bisschen was aber es ist glaube ich viel teurer wenn ich am ende zu eng mein mein netz da aufspann und da mir brand suchanfragen oder pro spezifische produktsuchanfragen durch die lappen gehen deswegen würde ich da auch eher breiter aufgestellt sein trace bis broad um alles mitzunehmen wir sagen ja auch immer lieber breiter anfangen als zu exakt also lieber erst mal ein bisschen zu viel drin haben dann die kampagne nach zwei wochen vier wochen acht wochen noch mal angucken schauen ob da wirklich der traffic reinfließt den ihr haben wollt und könnt ihr die die keyworder oder auch die match types immer noch mal optimieren aber wenn ihr die halt von anfang an als exakt einbucht dann passiert genau das was florian gerade gesagt hat ihr wisst nicht was durch die lampen geht nicht so gut cool gut nächste frage soll ich sie dir stellen ich glaube wir haben haben die uns nicht so richtig vorher angeguckt also ich zumindest nicht also gucken genau die nächste frage ist ob amazon ein zahl und mehrzahl unterscheiden kann also wenn wir als keyword stift einbuchen wird dann die anzeige auch zu dem suchbegriff stifte ausgespielt da kann man glaube ich den suchanfrage bericht ganz gut einfach zur rate ziehen und wird feststellen dass da ziemlich viel noch obwohl ich exakt nutze rein fällt also ja ein zahl mehr zahlt ich habe den hilfetext jetzt nicht zur hand aber da hat das mit sicherheit auch drin stehen dass dass sie das erlauben ich glaube sogar einfache fehler werden glaube ich auch akzeptiert ich weiß dass google seinerzeit das krass aufgeweicht hat dass also exakt wurde immer weicher irgendwie also der fans hätte das jetzt wirklich weit weg von dem was ich exakt eingebucht habe aber na gut ist halt immer eine gute möglichkeit um ja für aussicht von amazon in dem fall möglichst bereit das exakte keyword targeting auszuspielen aber ist ja auch okay weil es ist ja wirklich das gleiche gemeint und das ist glaube ich das was dann immer die intensiv ist quasi jedes keyword doppelt einbuchen um mehrzahl einzahl und um das abzubilden das ist ja das macht ja keinen spaß total ja wie sie also von daher wird schon mitgehandelt ist eine frage ich mache also nächste frage sind im bereich immer noch im bereich keywords und match types bei einer auto kampagne und einer manuellen kampagne in klammern exakt buche ich das exakte keyword bei der auto kampagne aus wie geht ihr bei einer auto kampagne und einer manuellen kampagne in klammern broad frage auch hier erstmal richtig geil dass du eben nicht nur eine auto kampagne hast oder nur eine manuelle kampagne sondern dass du beide kampagnen typen hast und dass du diese ja auch miteinander verknüpft das heißt dass du dir anschaust welche suchbegriffe in den auto kampagnen rein laufen und diese suchbegriffe dann als keyword in die manuellen kampagnen um buchst das ist ja schon mal richtig richtig geil und genau wir empfehlen immer das keyword so auszuschließen wie du es in der manuellen kampagne eingebucht hast das heißt wenn du es als exakt ein buchst in der manuellen kampagne dann solltest du es auch als exakt in der auto kampagne ausschließen wenn du es als phrase in die manuelle kampagne ein buchst dann buchst du es bitte auch als phrase aus der auto kampagne aus und wenn du es als broad in die manuelle kampagne ein buchst dann würdest du es gerne als broad in der auto kampagne ausschließen funktioniert aber nicht das lässt amazon nicht zu sondern es gibt in der auto kampagne als ausschluss nur exakt und phrase und dann musst du halt in den sauren apfel beißen und das keyword was du in der manuellen kann kampagne als broad eingebucht hast dann eben als phrase in der auto ausschließen das ist das beste was du machen kannst ja check auf jeden fall geil dann stelle ich die nächste frage an dich warum überhaupt sollte man also das ist ja ein tipp den den wir häufig geben dass du mal guckst was sind so deine top targets was sind irgendwie besonders gute eigenschaften und diese top target sei es top keywords oder top top produkt targets in eine extra kampagne zu packen und eine single keyword kampagne zu bauen und jetzt ist die frage warum sollte man das überhaupt machen reicht es nicht aus diese top targets als exakte keyword in der ursprünglichen kampagne laufen zu lassen was ist der vorteil von diesen single keyword kampagnen ja grundsätzlich kannst du ja auch sagen warum habe ich dann eigentlich überhaupt mehrere kampagnen ich kann ja auch alle keywords auf einem brand generic alles in eine kampagne packen funktionieren ja da auch und ja tun sie also formal ja funktionieren sie genauso bis auf eine sache natürlich budget müssen sich alle dann da teilen und zweitens kampagnen einstellungen funktionieren dann für alle keywords gleich also platzierungs modifikation die geburt anpassung nach platzierung kannst du dann auch nicht differenzieren so und die kampagnen geburt strategie gilt dann auch für alle und jetzt kannst du natürlich anfangen das auseinander zu ziehen wir empfehlen natürlich unterschiedliche logiken brand competitor generic und tatsächlich auch top keywords und top keywords einfach aus dem grund weil du diese deine drei vier fünf absoluten mega mega keywords auf einem blick in einer kampagne jeweils hast hast ein festes budget wenn da wie die kacke am dampfen ist dann siehst du das sofort auf einen blick und muss nicht noch mal rein klicken also ist einfach einfacher es ist einfacher zu handeln und du hast deine kampagnen einstellung wirklich ideal eingestellt für das einzelne keyword geburt anpassung nach platzierung für die top keywords noch mal individuell gesteuert und dann perfekt eingestellt und nicht ein mischmasch über verschiedene keywords ist ein bisschen plus und das sind so die gründe dafür du musst es nicht wahrscheinlich wird die performance wenn überall das gleiche eingestellt ist sich auch überhaupt nicht verändern aber sobald du halt anfängst zu analysieren und sachen zu ändern dann ist es halt einfacher wenn du wirklich die spreu von weizen trennst und wirklich dein fokus auf die top keywords legst und nicht auf den mischmasch oder auf alles und das ist einfach eine arbeitserlechterung genau so und ich glaube mein hauptargument mein hauptvorteil wäre dass ich diese top targets die ja es sind wenige das sind vielleicht fünf oder zehn punkten hätten nicht zehn prozent fünf prozent all deiner keywords da sind sind top targets und die machen am ende wahrscheinlich irgendwie 80 prozent eines umsatzes aus und ich würde die in single kampagnen packen damit ich die damit ich einen richtig geilen überblick habe über meine über meine sales treiber ich möchte wenn ich mich in die advertising konsole einlogge und meine kampagnen sehe möchte ich wissen dieses eine keyword ist für so und so viel umsatz verantwortlich und das sehe ich sofort das sehe ich sofort und ich kann wenn da irgendwas nicht läuft sehe ich es auch sofort und ich kann wie du gerade gesagt das super an den stellschrauben drehen ja cool übersichtlichkeit willst du mir ja nicht zu stellen und du machst das so florian wie viele keywords würdest du in eine manuelle kampagne packen anscheinend ich habe davon noch nichts gehört aber anscheinend sagen viele maximal 50 keyword in eine kampagne ja das gerücht hält sich hartnäckig dass man ja also sagt immer wieder welche ich soll doch nicht mehr als 50 keywords eine kampagne packen weil dann die performance schlecht wird und das hat nichts mit der qualität mit der anzahl der keyword zu tun sondern weil die keywords immer schlechter werden so und ich habe noch keine analyse gesehen die mir da zeigt dass das die ursache dafür dass die performance in einer kampagne schlechter wird wirklich die anzahl der keywords ist und nicht die qualität der keywords die einfach schlechter wird von daher pack so viele rein wie du brauchst und wie viele nötig sind und es scheißegal ob es 30 oder 300 sind punkt also da gibt es keinen keinen grund ist mein verstanden okay cool dann habe ich eine wir sind dann keywords match types kann man ewig weiter fragen aber erst mal zwischen stopp launch phase produkt launch mareike immer heißes thema separate strategie das ist etwas ganz anderes als wenn ich jetzt ein dauerbrenner habe so frage wie lange dauert erfahrungsgemäß der launch bei einem produkt in dem man eher aggressiv ppc schaltet und auf gewinne verzichtet um sichtbarkeit zu erlangen das jetzt wird wie lange soll ich jetzt mal ist morgen wieder vorbei oder das ist tatsächlich eine frage die uns sehr häufig gestellt wird wie lange dauert das und auch sehr sehr gerne genommen wie viel geld sollte ich dafür investieren wie viel geld sollte ich dafür bereitstellen ich kann total verstehen dass diese frage gestellt wird und ich hoffe auch dass wir eine okaye antwort darauf haben was ich auch hier in der frage schon mal richtig gut fand ist dass dir anscheinend bewusst ist dass wir in der produkt launch phase eine no acos phase haben das heißt hier können wir noch nicht mal auf gewinne aber auch nicht auf wirtschaftlichkeit achten sondern hier geht es wirklich um um sichtbarkeit und darum dass das produkt in den markt zu 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 bringen das heißt wir haben eine no acos phase wir achten auf jeden fall nicht auf den acos sondern wir berechnen ein ein initiales gebot und das können wir dann schrittweise erhöhen und uns daran tasten und zu schauen mit welchem gebot bekommen wir wie viele impressionen und wie viele klicks und am ende natürlich auch wie viele conversions und wie viel ads band wird daraus generiert so ich fange mit einem mit einem gebot an und erhöhe das schrittweise und bin wirklich in der in der produkt launch phase auch ganz ganz eng dran und gucke mir jeden tag wie die performance an und drehe jeden tag an den geboten und an anderen einstellungen so und jetzt wie lange dauert das ja das ist halt die die frage was deine kriterien sind du solltest dir vor der launchphase überlegen wann ist für mich ein launch beendet wenn ich x convergence generiert habe wenn ich x geld ausgegeben habe wenn ich x klicks generiert habe also dann wenn du sagen kannst a das produkt ist im markt und b ich habe alles gelernt was ich lernen muss über die performance dieses produktes um es weiter zu optimieren und diese kriterien musst du für dich definieren und anhand dieser kriterien kannst du dann aber vorab zumindest schon mal dein budget kalkulieren du kannst schwierig die zeit kalkulieren weil du nicht weißt deine sagen du willst keine ahnung 1000 klicks erreichen oder 100 conversions da weißt du halt im vorwege nicht habe ich die nach einer woche oder habe ich die nach einem monat oder habe ich die nach einem halben jahr das weißt du nicht aber du kannst zumindest dein budget ein bisschen hoch rechnen und kalkulieren so dass du da zumindest mal so ein bisschen planungssicherheit hast nehmen wir mal an du hast dir festgesetzt du möchtest in der produkt launch phase 50 conversions erzielen und danach möchtest du in die wirtschaftliche phase übergehen du gehst auch davon aus dass du eine conversion rate von zehn prozent hast das siehst du anhand deiner erfahrungswerte deiner kategorie deiner produkte die du schon hast das bedeutet du brauchst 500 klicks um 50 conversions zu generieren so deine recherchen haben auch wieder ergeben dass du mit einem durchschnittlichen cpc von 65 cent für dein produkt in dieser kategorie rechnen kannst also planst du 65 cent mal 500 klicks sind 325 euro kosten während der produkt launch phase packst noch ein bisschen puffer drauf und das ist dann zumindest dein produkt launch budget welches du kalkulieren und einigermaßen vorhersagen kannst aber eben mit all den annahmen die wir gerade getroffen haben das heißt ja so oder so musst du dich auf dein produkt launch vorbereiten deine kriterien definieren und dann kannst du dein budget so ein bisschen hoch rechnen aber viel mehr ist schwierig oder ja ich habe da noch eine rückfrage wie bist du auf die 50 gekommen also warum 50 conversions ja weil also weiß ich nicht es hat sich erst mal gut angefühlt wir haben ja auch so ein bisschen erfahrung mit mit unseren kunden die wir betreuen wir können sagen wann auch eine kampagne genügend daten hat um sie richtig gut bewerten zu können und da hat sich 50 für mich einfach gut angefühlt ich glaube dass fünf conversions viel zu früh sind ich glaube große unternehmen und auch große unternehmen mit vielen produkten die haben wahrscheinlich noch viel viel mehr conversions also 50 ist peter pallet aber ich glaube 50 conversions dann kann ich schon mal eine einschätzung vornehmen wie dieses produkt funktioniert ja ich glaube das ist auch noch ein bisschen die die zielstellung dahinter willst du wirklich jetzt organisch das ding nach vorne bringen dann ist natürlich dann ist es egal ob du jetzt 50 conversions oder 500 klicks dann willst du push du push du push du bist du dann auf der ersten seite bist und okay geschafft hat keine ahnung wie teuer wie viel kohle dafür brauchst und wie lange das dauert so und wenn dieses mit den 50 conversions zielt ja auch vor allem darauf ab okay ich glaube dass ich dann so viel klicks und so viel suchanfragen und so viel käufe generiert habe dass ich daraus ableiten kann welche meine haupt keywords sind was was funktioniert was nicht was ist vor allem schlecht und genau das ist also eine schöne ergänzung nach der initialen recherche muss ja nicht immer nur blind also das ist ja ein auto eine manuelle kampagne aber wie gut das jetzt wirklich und wie kann ich es noch erweitern und ergänzen dafür ist dann genau diese dieses budget dann da und die zeit ja nächste frage an dich florian wie würdest du kampagnen erstellen für ein neues produkt das zählt so ein bisschen darauf was ich gerade eben schon gesagt habe also dass du ich würde nicht empfehlen kannst du auch machen so aber komplett blank bei ppc zu starten wenn du mit ppc start ist für für ein produkt dann folgt das ja eigentlich meistens einer sehr intensiven keyword recherche du hast ein listing optimiert du hast deine keywords dahinter legt du hast deine 456 haupt keywords identifiziert und das sind soll noch design also für deine nische auf die du dann auch werbung schaltet ist initial und du musst dann nicht blank mit einer auto kampagne starten und warten mal gucken ob jetzt wirklich dieses suchbegriff da auch dieser suchbegriff dann auch hoch ploppt sondern ich würde diese auch exakt ganz eng damit starten und die einbuchen dass das eine und dann natürlich mit einer auto kampagne daneben mit niedrigeren geboten und dann so loslaufen das wäre mein start set up wahrscheinlich auch noch weiter neben der exakt anzeigen gruppe auch noch eine phrase dazu oder eine broad aber dann auch mit niedrigeren geboten oder mit ähnlichen geboten aber auf jeden fall nicht nicht deutlich höher oder höher ja und dann loslaufen lassen nächste frage blöde so was haben wir hier dass man den ganzen tag okay es wird auch häufig davon gesprochen dass man den ganzen tag ausgespielt werden soll macht es nicht viel mehr sinn anfangs nur den halben tag ausgespielt zu werden um erstmal die kostenfressen relativ günstig zu identifizieren kostenfresser wahrscheinlich relativ günstig zu identifizieren und rauszuwerfen und ppc dann voll aufzudrehen nee also ich kann verstehen woher diese frage kommt nämlich ja vielleicht nur die hälfte des geldes auszugeben in der in der launch phase um deine deine learnings zu ziehen aber finde ich nicht sinnvoll denn wenn ich mich für die erste hälfte des tages oder eben auch für die zweite hälfte des tages entscheide dann kenne ich ja nicht die daten der der anderen hälfte des tages und ich möchte wissen wie mein produkt den ganzen tag über funktioniert es bringt mir nichts nur die vormittagsdaten zu sammeln und dann habe ich nur keine ahnung 20 30 prozent meiner kosten aber ich habe halt eben auch nur 20 oder 30 prozent meiner daten und vor allem auch nicht die vollständigen daten deswegen würde ich immer empfehlen auch in der launch phase den ganzen tag die die produkte auszuspielen und wenn ich wirklich kosten einsparen möchte dann nochmal den ganzen tag laufen lassen täglich reingucken schauen welche suchbegriffe welche keyword da wirklich kosten fressen und zu kein conversions führen und die dann relativ frühzeitig vielleicht auch runter drehen oder abschalten aber ich würde immer den vollen tag daten sammeln ja das auch ja punkt nicht voll bei dir letzte frage in dem bereich was empfiehlst du florian in der launchphase um maximale sichtbarkeit zu erreichen einfach die gebote erhöhen oder und dann auch ins minus laufen oder wie was für das sind maximale sichtbarkeit okay 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 ja wenn das das ziel ist maximale sichtbarkeit zu haben klar dann scheiße ich auf auf einen kurzfristigen ertrag und meine kurzfristigen return und bin bereit leicht oder auch stark ins minus zu gehen oder zu investieren also das mache ich ja also ich investiere damit ich später davon zehren kann und irgendwas zurückkommt und wenn ich jetzt heute in der ersten woche oder ersten zwei wochen viel investiert für maximale sichtbarkeit und hoffe ein momentum aufzubauen in einer nische für ein paar bestimmte leute dann hoffe ich ja dass diese leute vielleicht später nach der brand suchen dass sie kaufen oder dass sich dann in meinen organisches ranking niederschlägt also am ende erwarte ich ja irgendwas daraus und wenn ich wenn die hypothese ist dass diese sichtbarkeit auch irgendwie zu einem return führt außer dass sie sich dass ich sichtbar bin dann bringt natürlich eigentlich nichts also ich muss ja eine erwartungshaltung dass die irgendwann mal kaufen oder die marke bekannter wird und das wiederum auch so hoffentlich zu mehr käufen führt genau und dann ist das valide anzunehmen also von daher dann die gebote erhöhen im sinne eines investments auch wenn man dann ins minus läuft kurzfristig aber langfristig hoffentlich nicht das heißt du solltest dir mal im klaren sein kannst du wenn jetzt wirklich so eine investitionsrechnung machst okay wenn ich jetzt so viel investiere wie viel muss ich ein müssen eigentlich die nächsten wochen und monate muss ich mehr profit machen damit sich das auch lohnt oder wann wird das wieder abgestottert und wann amortisiert sich dann diese investition und genauso würde ich sehen also nichts anderes ist ja der launch und du kurzfristig gehst du in die miese und investierst und scheißt auf deine kurs und willst das pushen damit du davon im nachgang profitierst genauso ist eigentlich auch jede strategie die darauf abzielt dass ich mit werbung mein organisches ranking pushe das ist genau das gleiche du investierst mit werbung in dein organ mehr sales die dann ein organisches ranking pushen höhere sichtbarkeit führen und dann machst du deine werbung wieder aus oder fest ist runter und hoffst dass sich das gelohnt hat und zu einem höheren return führt also da gehst du ja genauso ins minus in anführungszeichen und hoffst dann daraus späteren hören return zu haben also ja ich möchte hier vielleicht noch einmal so eine so eine lanze brechen für ich habe ein ziel und gucke mir aber auch noch andere andere kpis an ich habe ein ziel maximale sichtbarkeit und da muss ich auch investieren und ich kann total nachvollziehen dass das in der natur der sache liegt dann auch eben auf das kpi kosten zu schauen aber wenn ich das mache dann kann ich mein ziel maximale sichtbarkeit nicht zu 100 prozent verfolgen genau das gleiche wie wenn es dein ziel ist dein echos zu senken dann achte auf die kpi dein echos und wenn dein echos sinkt dann hast du dein ziel erreicht so ich kann total nachvollziehen dass du dann auch auf deine kpi kosten und auch umsätze achten möchtest aber wenn du das machst dann erreichst du halt nicht dein ziel oder nur eingeschränkt was was ist was ist das hauptziel ja es gibt immer genau es geht immer noch in der regel ein weiteren weiteres ziel oder nebenbedingungen so echos senken kann es einfach werbung ausmachen ist der echos auf null glückwunsch hast du auch nichts gewonnen das ist das extreme ja richtig also von daher ist auch hier die maximale sichtbarkeit unter der bedingung okay ich habe hier aber 500 euro und dann kannst du auch die kannst du dich maximal sinnvoll irgendwie investieren nicht an einem tag in ein keyword sondern ich möchte maximale sichtbarkeit unter der bedingung dass ich maximal 500 euro ausgebe und dann musst du dann erreichst du das ziel unter der bedingung maximal relevante sichtbarkeit dann kannst du auf klick schnacken hier auch schon fast weiter geht ja gott gott agentur tools bin ich dran oder du wer steht du bist dran mit fragestellen okay einerseits wird immer empfohlen sich gerade am anfang ausgeblich mit ppc zu beschäftigen und seine eigenen erfahrungen zu machen absolut ja andererseits kann ich mir vorstellen dass eine professionelle agentur mit ihrem ganzen know how sehr viel schneller einen anfänger auf ein anderes niveau heben kann wie siehst du das mal abgesehen davon oder ihr das abgesehen davon dass du ihr für eine agentur arbeitet wann rentieren sich die kosten für eine agentur ja das ist eine sehr gute frage und mir gefällt schon die einleitung also ja wir empfehlen setze dich mit ppc auseinander definitiv ja das muss sagen das empfehlen wir wissen erst mal sind wir keine agentur und ich glaube es gibt viele agenturen die sagen ne wirst du nicht ja klar die sagen gib mir einfach dein dein produkt ich mache werbung fertig je dümmer in anführungszeichen der kunde aus sicht einer blöden agentur desto besser also es gibt natürlich auch gute agenturen aber gut also die weniger ahnung die haben weniger dumme fragen die stellen desto besser unsere empfehlung ist auf jeden fall dass du dich mit ppc auseinandersetzt dass du die kpis kennst du weißt was deine ziele sind und dass du weil was warum bei erstens entweder du kannst es halt selber machen oder wenn du dir jemanden ran holst und das ich kann auch die argumentation verstehen professionelle agentur viel know how tool nimmt mir arbeit ab dahinter steckt eine stecken logischer algorithmus und so total aber am ende möchtest du die performance von deinem dienstleister ja bewerten können und das kannst du nur wenn du dich zu einem gewissen level mit mit ppc auskennst ich kann total nachvollziehen dass ein seller extrem viel andere dinge ja auch zu tun hat und sich nicht zu 100 prozent mit mit ppc beschäftigen kann total und deswegen ist es auch total cool mit einer agentur zusammenzuarbeiten mit einem tool zusammenzuarbeiten auf jeden fall aber das heißt nicht dass du dich da komplett rausnehmen solltest dass du dich komplett zurücknehmen solltest du solltest dich damit auseinandersetzen um deinen dienstleister bewerten zu können ja und das heißt also im besten fall nicht nur hey der lkos was das ist und dass der sinkt oder steigt oder so auch immer sondern dass du vielleicht auch mal ein zwei fragen stellen kannst okay was für keywords hat hinzugefügt oder was macht wie geht er mit diesen oder jenen sachen um gebotsanpassung bla 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 und so weiter also das aus sicht einer agentur die würde wahrscheinlich sagen ja komm also da weniger fragen dargestellt werden desto besser weil dann so zufriedener ist hoffentlich der kunde aber wenn der kunde immer fragt was passiert dann werde ich natürlich auch darauf achten dass ich auch immer gute sachen mache also da gibt es natürlich auch echt bei guten agenturen ist das nicht der fall aber es gibt wahrscheinlich auch welche die sagen okay gut je weniger fragen die stellen desto besser und ich kann hier in ruhe einfach meine zeit absitzen so welche gibt es auch negativ nicht so optimistisch an aber ja es gibt einfach halt es gibt natürlich auch also es gibt auch sehr gute agenturen die erklären ja auch genau was sie machen und das davon gibt es viel mehr hoffentlich schlechte aber es gibt halt auch schlechte die ja die das halt nicht so gut machen und die europa kein interesse haben da irgendwen zu etiketen und so weiter also ja hol dir profis an die hand die dich unterstützen aber zieh dich nicht komplett zurück sondern bleibt mit drin stell kluge fragen und bewerte die arbeit deines dienstleisters ist ja auch also ist auch ein bisschen wie bei uns also wir freuen uns auch über alle die viel besser und viel mehr drin sind in den themen um unsere tools zu nutzen weil sie dann viel besser die noch mal einsetzen können also wir stellen ja handwerkszeug zur verfügung um sachen zu automatisieren aber sie richtig zu automatisieren die richtigen kampagnen aufzusetzen je besser du da ahnung hast und weißt wie du was automatisieren sollst desto desto besser und ja genau von daher ist es total sinnvoll zumindest eine rudimentäre angewandt zu haben cool letzte frage geht an dich florian wenn amazon in zukunft auch noch die möglichkeit schafft nach dem ecos des sellers zu steuern also der der seller hat die möglichkeit in amazon einzustellen und amazon steuert danach wird dann das adference tool überflüssig genau ich glaube das spielt darauf ab dass es in einer beta schon seit längerem das school based bidding gibt bei sponsor products kampagnen und ich da ein ziel aus einstellen kann und ja ja das ist ja das kann man mit uns auch machen auf jeden fall und amazon wird dann natürlich weitere automatismen an also weiterentwickeln und bringen und das ist auch total richtig und wichtig so und wir können mit unserem tool das auch noch viel viel mehr und das ist natürlich dass das dann unsere usp ist dass wir es sehr gut können und noch sehr viele automatismen dazu haben und c mit den weiteren features die dann noch in der roadmap sind sei es jetzt die kommunikation mit organischen daten oder dergleichen etwas haben was halt amazon nicht hat ja aber auf jeden fall das ist es cool dass es da ist spannend ich habe jetzt noch ich bin auf die ersten test gespannt wenn wir mal so wirklich adference gegen amazon bidding habe ich noch nicht gesehen aber würde mich auch mal interessieren ja dann sind wir einmal durch die drei bereiche durch und durch die fragen hoffentlich auf jeden fall das war gut ich finde das format sehr gut sehr gut wenn ihr noch eine frage habt die wir hier auch besprechen sollen dann checkt unseren discord server adference.com slash discord da könnt ihr dann in unsere kostenlose community wie viele leute sind wir da eigentlich 270 oder so ich komme noch mal schnell 261 schon drin auch gott viele unbeantwortete messages hier rein kommt gerne vorbei es macht spaß coole austausch da und dann stellt eure frage und dann greifen wir die auch mal auf vielleicht sehen wir uns ja auch dem ein oder anderen event im september ja und euch einen geilen start nach der sauberpause bis nächste woche tschau tschüss